Wahre Schönheit sind Frauen, die zur Natürlichkeit stehen und nicht zwei Kilos Make-up tragen, um sich hübsch zu fühlen, weil ich denke, dass es kein Mädchen braucht. Meine Beauty-Routine, die ich täglich mache, ist, ich habe in der Früh immer heißes Wasser mit Zitrone, was einen total großen Unterschied für die Haut macht. Es gibt hier so einen Glow und auch die ganzen Giftstoffe werden rausgeschwemmt und ich finde immer less is more, ich wasche mir das Gesicht einfach mit Wasser und ich habe immer SPF drauf, Sonnenschutzfaktor, weil es total wichtig ist, auch wenn keine Sonne draußen scheint. Einen guten Moisturizer oder ein gutes Öl, hängt davon ab, wie trocken meine Haut gerade ist und ein bisschen Concealer-Mascara und das war es schon noch. Produkte, die ich immer brauche, ich habe immer ein gutes Labello oder eine Lippenpflege in meiner Tasche, einen Concealer, ich liebe einen Concealer, ich brauche es einfach, Mascara und Augenbrauenstift gerade. Augenbrauen sind mega trendy, dadurch brauche ich meinen Augenbrauenstift. Oh, Face Sprints, ich finde diese ganzen Feuchtigkeitssprühe so toll, die kannst du einfach in die Tasche reingeben, egal ob du Make-up drauf hast oder nicht, die sorgen immer für ein bisschen Frische wieder, was toll ist. Ich finde es mit Foundations auch immer schwierig, aber die meiste Zeit kann man sie ja sowieso wieder zurückschicken, wenn es nicht passt. Ich versuche immer online mir zwei Farben zu bestellen und die meiste Zeit kann man die auch mixen mit Foundations, die du schon zu Hause hast. Ich gehe oft immer heller und mixe sie dann mit einer dunkleren Foundation, die ich zu Hause habe. Also Sonnenschutz, ich habe immer, ich habe viele Sommersprossen, dadurch habe ich immer einen SPF 30. Ich habe gehört, dass alles drüber oder drunter macht dann wirklich keinen großen Unterschied, aber ich denke 30 ist immer so ein Happy Medium. Also jetzt mache ich immer drauf in der Früh als erstes, egal ob Regen oder Sonne. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe die Kampagne, weil es so natürlich ist und für mich wahre Schönheit sind Frauen, die zur Natürlichkeit stehen und nicht zwei Kilos Make-up tragen, um sich hübsch zu fühlen, weil ich denke, dass es kein Mädchen braucht. Schönheit kommt vom Inneren und ich finde die Kampagne zeigt das auch richtig toll.